Dass Leute zusammenbringen, das ist für mich eine Aktion, die ich als eine künstlerische Aktion sehe. Wir sind einfach die, die die Möglichkeit bietet oder eine Plattform bietet, um diesen Austausch stattzufinden zu lassen. Genau, die Informationen zu bündeln und eben einsehbar zu machen, digital und analog. Das Rollmöbel ist ein Symbol für eine bewegliche und mobile Datenaustauschplattform. Das finde ich einen schönen Gedanken, dass alle Ressourcen in einem Koffer gebündelt sind und wir mit dem unterwegs sind und diese anbieten. Matthias Secker. Anna Markus. Wir machen beide Kunstvermittlungen.